Dr. Arthur Baref und sein sympathisches Team begrüßen Sie herzlich in der Zahnarztpraxis La Dent in La Andataya. Hier beginnt Ihr entspannter Weg zu gesunden Zähnen. Ob Füllungen, Wurzelbehandlungen oder Brücken, Kronen und Prothesen, Dr. Baref deckt das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin ab. Besonders spezialisiert ist man hier auf zahnärztliche Chirurgie sowie Implantologie. Ein weiteres Highlight sind die Lasertherapien, die der kinderfreundliche Zahnarzt als schonende und effiziente Alternative anbietet. Sämtliche zahnärztliche Behandlungen und Kieferregulierungen werden bei Bedarf sogar unter Vollnarkose durchgeführt. Sowohl die Kassenordination in La Andataya als auch die Privatpraxis im Ärztezentrum Mirabilis in Wien-Leopoldstadt sind mit modernsten Geräten ausgestattet. So können Sie sich bereits im Wartezimmer auf Massagestühlen entspannen. Latent, der Zahnarzt Ihres Vertrauens.